Hallo Leute, Willkungserarbeit mit euch von Desperate Pokémon Alpha Saphir. In der letzten Folge haben wir es in Ordnung geschafft. Also, wenn ihr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo drauf und werdet gerne das Video. Arten... Wir haben die Artena gemeistert. Bis jetzt! Okay. grüßen das nein danke von bad lavastadt Oh Gott, oh Gott, der Kampf wird er hat, der Kampf unseres Lebens. Das ist nicht gegen den Schem, das ist gegen den Woford. Ich glaube, ich habe den Namen vergessen. Äh, Glade, Galangladi ist nicht, Glade, wie, oder gerade wie? Ach gut, äh gut, Duar, De, wie? Ich kriege den Namen immer aus. Ich kriege den Namen immer aus. Vielleicht mal über eine Stunde kein Video auf, also einer hat irgendein Video aufgenommen. Oh Gott. Oh Gott. Das war's für heute. Oh, du vant! Oh, du vant! Oh, du vant! Ah, das ist der Psycho-Typ. Ich treffe auch, gell? Okay. Und halt durch, was? Das ist ja einfach kein Psycho. Schnell! Los! Schauberplatz! Rechen den Tag! Weiß und weg! Oh, ich hätte es erreicht, helft für mich. Super Level 21, geil. Astrainerin Yvonne wollte besiegen. Raun der Erholung hört sich geil an. Raun der Erholung, das wird lustig. ich glaube da wird sich nur noch heilen der typ geradach ich habe den namen wieder gerade geradach geradach wir setzen psychokineser ein er hält durch gerade vorher geht daneben er wird heilen aber er kann nicht voll heilen und jetzt sind wir einmal rein und machen fertig ich bin auch schon irgendwie aktuell ziemlich gehypt ob das auf xy schwarz aber weil zwei jahr gesagt ich habe ja schon obwohl es jetzt aktuell auf zeitpunkt der aufnahme das war nicht hochgeladen ist dann 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 Zango! Onde? O! 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 Genau, wenn wir einmal was gucken, dann schließlich alles wieder. So... Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, 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 nein! 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 Boah! Wie hat er uns so fast, der hat uns fast Daumen gekriegt. Oh Gott. Da hat viel zu viel Damage gegen uns. Ich habe verkackt. Nein. Ich habe verkackt. Ich habe eine tolle Ahnung. Ja genau. Das macht keinen Schaden. Ja wahrscheinlich. Guck mal, man kriegt ihn noch nicht mal ansatzweise down. Ich glaube, ich werde eine Attacke einsetzen. Ja genau, so ein Petit. Ich habe viele Pfrog oder für die Pf tray. Ach so, hier spüren. Schaden. Scheiden. Ich weiß, ich werde ein wenig zu tun. physically haben. BST. da muss er was bringen wir kommen nicht durch wir können jetzt seine fucking attacken durch guck mal wir machen gar keinen schaden die machen gar keinen schaden ist der witz der staunen war klar die ersten punkten gleich zu besiegen und jetzt auf einmal geht gar nicht mehr die sind zu underleveled einen hit in diesen weg sieht man es ja genau und weg ja genau keine von den attacken hat überhaupt irgendwas keine zieht keine hier weil jetzt wieder schneller und weg ja genau immerhin entwickelt sich zubat ja genau einfach mal sehen jetzt proben wollen hätten ja 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 wir müssen auch nicht trainieren ja 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 den schnall brauchen wir nicht jetzt der coller wenn ich guck mal kurz welchen typ da hat normal das ist einfach nur normal einer vom fucking typ normal als die 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 Oh man, oh man, oh man, das gibt's nicht. Ja, nicht so, dass wir noch lernen können, wir geben einfach nochmal eine Siedelbeere an, hier, weiter und holt da immer noch ein paar Beleber, ein paar Hypertränke. 10 Beleber, das reicht. 10 Hypertränke, das reicht. Nein, da können wir die mehr kaufen. 10 Hyperheiler. Das heißt. 10 Hyperheiler. 10 Hyperheiler. Wir, sind hier durch. Von der Genauigkeit, der wird durch. Dann wird Erholung hinein. Haben die Erholung, ja. Ja, was ich krüpfbe finde, wieso sind diese Arenen so groß, obwohl die von außen so klein sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Latter King. Latter King. Aber hat sich jetzt super entwickelt? Ja, hat sich super über... nice. Der Psychokineser. Pagabic-Attacke einsetzen. Ja. Da hat er mit 1 Kp überlebt. Gerne. Malik. Er wird geheilt? Geheil vertrankt? Er wird eingeschlafen, ist der Witz. Obwohl wir eigentlich nur eine hätte, ohne hätten warten müssen. Komm bitte, Wachtbank, wieder auf. Jetzt auch wieder auf. Geheil. 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 Nein. Ich bin dick geworden. Level 35. So. Jetzt sind wir 5 Level über den Stärkspumpen von ihm. Begrenzer? Was ist ein Begrenzer? Was macht denn die Grenzer jetzt? Das bringt ja gar nichts. Das bringt ja gar nichts. Jungenloot Level 28. Nice. Global Level 23. Nice. Blaublau Level 20. Nice. Bärenkräfte? Nein. Brauchen wir nicht. Wenn du den Abgangs-Pumpen hättest, dann wärs geil. Mann, du Tier. Mann, du Tier. Mann, du Tier. Mann, du Tier. Heimzahlung. Fun Fact ist, wie kann Heimzahlung funktionieren? Heimzahlung funktionieren nur, wenn ich den Gegner Schaden zugefügt habe. Wie beschaden habe ich den Gegner zugefügt? Null. Oh shit. Äh, da ist dann noch Kassi und soll. So. Ich würde sagen wechseln wir. Oh shit. Oh shit, es wird eingewechselt! So, wenn wir einen Hyper-Trump einsetzen... Eigentlich können wir auch einen Super-Trump einsetzen. Da lohnt's nicht, einen Hyper einzusetzen. Aber jetzt wird er... ...zahm Müll... ...das ist das Pumbo-Ding. Das ist eine Kamp-Attacke, die durchgeht. Und jetzt haben wir das Ding. Der Psycho-Kneider wird nicht so viel abziehen. Der Psycho-Kneider ist aber... ...das ist der Knaider. ...das ist der Knaider. Der Psycho-Kneider ist aber... Doch, oh, halb... ...halbes Leben. Oh, komm! Na gut, er hat Faulens bei und er hat Heimshane. Ein Heimshane wird nicht hin. Doch nicht! Bitte jetzt! Koppelstein? Nee, noch nicht. Wow, wir haben es. Nice. Wir haben den Weg. Vater in Ordnung bekommen. Nee, nein. Vater in Ordnung bekommen. Nee, nein. Ein Zahler. ich habe geschrieben ich verstehe es nicht verstehen leute nicht man kann nicht den tag über man aufnimmt und die rufen trotzdem an ja 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 So, So. Oh, wir haben Surfer erhalten. Ah, fliegen will ich haben. So. Das ist gar nicht. So. 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 ob der karte ist kann was abgebildet ist da wird nein ja genau die kunden links rechts links rechts das ist abfugt ich will meine kunden rein aber das darf schon nicht will ich kunden, der wird sechzehn ich will nur den nächsten ordnern einfach machen ja dann würde ich sagen, wir grenien immer gleich zum kundenzentrum in der nächsten folge ist dann auch direkt zum nächsten ordnern das kann ich für die kundenzentrum das kann ich für den kundenzentrum ja dann können wir mal und wir sind die kundenzentrum Unter werden, wenn noch. Sternschau, nein. Nein, auf gar keinen Fall. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und heute wird sich von der Bühne bewerbte. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Pokemon 1-Wasser-4 wieder. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, da seid ihr immer up to date. Wir werden gerne das Video sehen und bis in der nächsten Folge. Ciao.